Hallo ihr Lieben, habt ihr euch schon mal gefragt, wie eigentlich so ein Helligkeitssensor am Handy funktioniert? Der ist bei den Handys ja meistens irgendwo hier oben drin verbaut und dieser Sensor erkennt, wie hell das Umgebungslicht ist und je nachdem macht er dann das Handy-Display heller oder dunkler. Ja, in so einem Sensor steckt nichts anderes drin als ein LDR, ein lichtempfindlicher Widerstand und genau so einen habe ich hier in dieser Schaltung mal aufgebaut. Dieser Kopf des Sensors ist hier drin in diesem schwarzen Zylinder verbaut, damit der wirklich nur reagiert, wenn man hier direkt mit dem Licht einstrahlt. Ich habe hier in diesem kleinen Schaltkreis außerdem noch eine LED mit verbaut und möchte euch erst mal zeigen, dass die LED ohne den LDR tatsächlich leuchtet. Wenn ich den LDR hier einbaue und ich beleuchte ihn nicht, dann ist der Widerstand des LDRs so groß, dass der Stromfluss hier im Stromkreis insgesamt nicht ausreicht, um die LED zum Leuchten zu bringen. Dafür habe ich jetzt hier bei diesem Handy das Licht angemacht und ich versuche jetzt mal direkt von oben in den LDR rein zu leuchten und ihr seht, wenn ich den dann auch tatsächlich treffe, dann fängt die LED an zu leuchten. Das heißt also, ich kann in einem Stromkreis die Stromstärke steuern, wenn ich ein LDR eingebaut habe, indem ich diesen LDR beleuchte und zwar weniger stark oder stark beleuchte. Und genauso funktioniert ein Umgebungslichtsensor im Handy. Je nachdem, wie stark das Umgebungslicht ist, regelt dann dieser Sensor die Helligkeit des Displays.